Hallo, ich stehe jetzt verdeckt hier, wo ich gestern war. Genau hier an der Stelle habe ich festgestellt, dass ich mich verlaufen habe. Und hier, das heißt Wiedererkennungszelt, ist schon mal da. Da hinten geht es zum Wasser, da wo ich eigentlich lang wollte zum Joggen. Und ich werde mich jetzt weiter auf der Main Street fortbewegen. Ja, genau. Starbucks gibt es ja auch. Leider trinke ich keinen Kaffee, denn da gibt es auch kostenloses WLAN. Ich weiß gar nicht, ich gieße bei Starbucks auch einen Tee, aber die sind ja dann auch relativ teuer. Ich hoffe, ein normales Restaurant hat auch WLAN. Dann kann ich die Videos auch schneller hochladen. Genau. Bis später.